Zwei Vornamen und beide den zweiten Teil des Nachnachens gleich. Also das ist schon da wirklich, man sieht auch, glaube ich, gleich aus, oder fast gleich. Der eine ist ein wenig länger. Simon Berglund ist schwedischer Nationalspieler. Ein bisschen hat man den Chef gehört, beim Beringer Manager des TV Hüppelstein. Nach dieser Saison 2019, 2020 will er aufhören, hat seinen Rückzug angekündigt und wie man ihn kennt, was er sagt, macht er auch. Aber er hat natürlich Vorbereitungen getroffen, damit eine Menge Leute in seine Fußstapfen treten. Durch die zweite Bundesliga am heutigen Sonntag 2019, 10, 20. Das ist auch das Suchwort, wenn ihr dieses Video und alle anderen Spiele auf YouTube sucht, auf dem Kanal von Reinhard Stein. Das ist das Spitzenspiel der schwedische Nationalspieler Simon Berglund gegen den Tschechen David Reitspies. Wolle, ja, du hast das. Wolle! 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 Applaus 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. 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 Come on, Bobby. up, 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 up. up, 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 up Applaus 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 Dich! 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 Hopp! Komm schon! Hopp! Hopp! Ja, schon, ja! Applaus 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 Auf! Auf! Zwei! Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Ich darf auch noch einmal acht Leute aus Burg Saarlath begrüßen, haben wir mir geschafft, die sind da. Wunderbar, dass ihr da seid bei Weißburg. Schöne Art. Junge Leute zum Tischtennis spielen. Applaus 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 EBS Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.